Ein wunderschönen guten Morgen. Jede Schülerinnen und Schüler und jede Helder und alle, die da anleiten sind, ich darf euch ganz herzlich begrüßen zu den sechsten Schultheatertagen. Schönen guten Abend. Entsetzen. Musik 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 Ziffer, dunkel, Ziffer, dunkel, Ziffer, dunkel, Ziffer. Ziffer, dunkel, Ziffer, dunkel, Ziffer. Ziffer, dunkel, Ziffer, dunkel, Ziffer, dunkel, Ziffer. Ziffer, dunkel, Ziffer, dunkel, Ziffer, dunkel, Ziffer. Ziffer, dunkel, Ziffer, dunkel, Ziffer, dunkel, Ziffer. Du bist absolut unabhängig. Du bist atemberaubend frei. Du bist maximal aktiv. Ich habe Zeit, immer schön und an sich sein. Mach dich Zeit, ich will nicht sein. Ich sehe auf und sage kein. Ich, ich, ich bin hier wohl der Einzige, der sich noch an Regeln hält. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr von Haltenschlag. Was hatten wir zu Hause gehabt? Im Buch, Seite 36 und das Arbeitsblatt. Ich habe erfahren... Ich weiß jetzt noch ein Geheimnis vom Alten. Echt crazy. Ah, es ist nervig spannend. Ich wette, es ist gruselig. Erzähl. Nee, das kann ich euch nicht sagen. Das ist zu abgefahren. Außerdem ist es geheim. Das ist ein Geheimnis vom Alten. 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 Guten Morgen, meine lieben Damen und Herren. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass ich da bin. Schön, dass ich schön bin. Tja, was könnte ich jetzt noch sagen? Was war eine schöne Pistole? Pain, pain, pain. Und was war eine schöne Krawatte? Und der Anzug und die Hose und die Schuhe. Was soll ich mir denn kaufen? Was soll ich mir bloß kaufen? Was soll ich mir nur kaufen? Ja, you never said a word you didn't send me no letter. Don't think I could forgive you. See, the world is slowly dying. I'm not wasting no more time. Don't think I could believe you. Das ist ein Geheimnis vom Alten. Stellt euch vor, ihr seid Kinder, die in eine Schule gehen. Da gibt es Anstrengungen. Schwere Aufgaben, größere deren Ärgern, Tests, man mit den anderen streit und manchmal hat man einfach keine Lust zu lernen. Das geht allen Kindern so. Ich bin nicht klar. Hallo? Oh, wie bist denn du? Wie bist denn du? Frau Lederich. Na, dann hätte ich beim ersten Mal ein Fliegericht gehabt, oder? Wie sagt man das nochmal? Ah, ich bin doch kein Fliederich. Ich bin eine Fledermauser nicht. Na dann kommst du mit der Bitte etwas rein. Kommst du mit in die magische Sohreinbrücke? Okay, dann ist das so. Tintin, ah! Mein Name ist Miss Morris, die Besitzerin in der magischen Sohreinbrücke. Eine gewisse, Ellie bekommt heute ihr magisches Tier. Herr Bürgermeister, die Säge ist bereit für keine Baumfällen. Nein, jetzt sind Sie da so frei für die Wuterschöften. Der Baum darf nicht gefällt werden, da lebt jeder Hause drin. Schauen Sie doch mal! Aber schränken Sie sich nicht zu sehr. Bäh, aber da waren doch keine drin. Hä, darf ich das auch in der Zeitung schreiben? Das ist interessant. Wird der Baum ihm gefällt oder nicht? Das können wir noch in aller Ruhe erklären. Da haben wir damit schon mal wieder Zeit genommen. Zwei. Zwei. Eine. Nein. Und jeder. Wenn ihr es schafft. Wir müssen den Feen, den Hexen, den Teufel und den Waffeln. Frieden zu schaffen. Und die? Genau das ist das Problem. Wir haben keine Ahnung. Wer kennt uns das jetzt nicht hin? Nein, fein und fein. Wir sehen doch, dass wir zu tun haben. Kinder, passt auf, dass ihr nicht mit den Menschen in Kontakt kommt. Ja, die Kinder gehen. Wer oder was seid ihr? Wer oder was seid ihr? Wir sind Menschen. Wie ekelig. Bäh. So hässlich. So hässlich. Ich dachte immer, vielen Dank süß und hässig. Wir kommen mit einer bitte vom Zwergenkönig. Er will, dass ich alle meine Kinder vertragen. Frieden? Das ist ja schön und gut, aber wir haben hier gerade ein echtes Problem. Wir sind als Teenager und können dort fliegen. Nur verdassens gelöst ist zu mir was. Und noch was. Die Hexen sind unmöglich. Vor allem die Oma. Und die Zwerge. Und die Bankiere sind das Schrecklich. Der gute Junge. Bei uns hört sich viele Jahre an, das Leben ist so kurz, was andere von uns hat, wir sind ein bisschen anders und sicher nicht verrückt. Ich bin doch dein Freund, wir sind alle deine Freunde. Natürlich seid ihr meine Freunde, meine besten Freunde, aber ich will auch Schulfreunde, die so alt sind wie ich, die mit mir spielen und ich will andere Klamotten, coole Klamotten. Ja und außerdem, ich will ein Handy, ja hier geht mir alle auf die Nerven. Ich will sein! Ich will sein! Ich will sein! Ich will sein! Schönen guten Morgen! Guten Morgen, Frau Schnabelbrot! Ich habe hier einen neuen Schüler, Antonio! Er kommt zu den 7-Klässlern und ich hoffe, wir werden ihn ganz herzlich begrüßen! Ich will sein! Ich will sein! Ich will sein! Ist die echt? Eindeutig! Eine weiter PPK! Wir müssen besprechen, wie wir weiter vorgehen! Hä? Na was wir jetzt machen? So? Zur Polizei gehen? Nein! Aber ist es! Hey Antonio, was ist denn hier los? Du musst doch auch fallen, dass die Bullen den Killer geschnappt haben, oder? Ja und wie sie sich dann rausgehauen haben, oder? Ja, schon, aber... Aber was? Meine Eltern müssen wieder weg. Eigentlich hätten wir schon heute Morgen abreisen sollen, aber ich wollte mich von euch verabschieden. Die Polizei hat schließlich die Leute gefunden, die mein Papa umbringen wollten, und sie unschädig gemacht. Jetzt bin ich wieder zu Hause und kann mit meinen Freunden skypen. Hey, Antje, was geht? Hey, Antonio, was geht? Ich mach's bis ich zu Hause bei dir. Hey, Antonio! Wie geht's jetzt? Antoni, na was läuft? Und? Was? Hallo, Julio! Und, Julio? Wie geht's, Julio? Wie geht's jetzt? Ich bin schon wieder dran! Ja, tschau, tschau! Danke, tschau! Danke, tschau! Vielen Dank.